Heute also Karnab und Reichenbach als Thema und ich habe dies unter die Überschrift gestellt Thesen und Hoffnungen der wissenschaftlichen Philosophie, wissenschaftlichen Philosophie in Anführungszeichen. Ich habe sie das letzte Mal kurz eingeführt in das Vorhaben dieser Richtung anhand des Wiener Kreises zunächst. Also das Projekt eine Philosophie zeitgenössischer und zukunftsweisender Art zu machen, eine Philosophie des 20. nicht des 19. Jahrhunderts, nicht eine Philosophie voll Schwulst, Unklarheit, Metaphysik, sondern eine Philosophie in naher Tuchfühlung mit den Wissenschaften, unter Wissenschaften die Naturwissenschaften verstanden, eine Philosophie im Stil und Geist der Präzision. Und ich hatte sie auch darauf hingewiesen, dass dieses Philosophieprojekt natürlich die Philosophie verbessern, endlich richtig machen will, aber dass das letztlich nicht alles ist. Ich lese Ihnen aus dem Schluss von Karnabs Autobiografie etwas vor. Ich war immer davon überzeugt, dass die großen Probleme der Wirtschafts- und Weltorganisation im gegenwärtigen industriellen Zeitalter rationaler Planung bedürfen. Ziel ist eine Lebensform, in der Wohlbefinden und Entfaltung des Individuums am höchsten rangieren, nicht etwa die Staatsmacht. Die Aufgabe ist, das Leben der Individuen und ihre Beziehungen zu Familie, Freunden, im Berufs- und Gemeindeleben zu verbessern. Dann kommen einige Erläuterungen, dass es gleichwohl auch des Staates noch bedarf. Er sich also sozusagen diesem altidealistischen Projekt, drastisch formuliert im sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus von 1796 oder 1797, nicht anschließt, dem Projekt den Staat abzuschaffen. Wie sieht dann die Synthese aus, die natürlich individuumslastig sein muss, nach dem vorhergesagten? Es geht darum, Mittel und Wege zu einer Gesellschaftsorganisation zu finden, welche die persönliche und kulturelle Freiheit des Einzelnen mit der Entwicklung einer wirkungsvollen Staats- und Wirtschaftsorganisation versöhnen. Und wie gesagt, er hoffte, dass durch rationale Planung dies zu erreichen sei und rationale Planung wird ermöglicht, unter anderem durch die philosophische Initiative dieser Richtung oder eine verbesserte rationale Planung jedenfalls. Ich hatte Ihnen auch vorgetragen ein längeres Zitat aus der Schrift von 1928, dem Aufbau der Welt, wo Karnab von dem Ruf nach Klarheit und nach metaphysikfreier Wissenschaft spricht und davon, dass sie, die Mitglieder des Wiener Kreises, davon durchdrungen seien. Und dass sie den Glauben haben, dass der Gesinnung, die überall auf Klarheit geht, die Zukunft gehört, dieser Glaube, sagt er, trägt unsere Arbeit. Aber zwischendurch, hatte ich sie darauf hingewiesen, gab es auch eine Passage, wo er, nachdem er dieses Klarheitsmotiv so in den Vordergrund gestellt hatte, sagte, Klarheit und doch gibt es eine nie ganz durchschaubare Verflechtung des Lebens und auch diese ist anzuerkennen. Wir werden heute in erster Linie das Klarheitsprojekt kennenlernen und uns fragen müssen, ob er jenem weisen Zusatz von 1928 auch die nie ganz durchschaubare Verflechtung des Lebens anzuerkennen gerecht wurde. Ich will ausgehen von jenem Werk, das Karnab zuletzt publiziert hatte, bevor er in die USA ging. Er ging 1935, Ende 1935 in die USA. Zuletzt war vorher 1934 in Wien erschienen, das Werk Logische Syntax der Sprache, ohne Zweifel eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Werk von Karnab. Nun, dieses Werk Ihnen näher zu bringen ist nicht ganz leicht. Das gilt von allen Schriften. Karnabs, ich zitiere dazu einen ihm sehr wohlgesonnenen Schüler, Stegmüller. Er schreibt, die meisten Werke Karnabs haben einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad und dies dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass seine Ideen viel weniger allgemein bekannt sind, als zum Beispiel diejenigen von Popper und Wittgenstein. Ob dieser Wittgenstein-Bezug gerechtfertigt ist, darauf werde ich vielleicht, wenn wir Wittgenstein besprechen, eingehen. Was die Bezugnahme auf Popper angeht, mag es einläuftend sein. Er gibt einen drastischen Beleg dafür. Einer der führenden Linguisten und Sprachphilosophen, Bar Hillel, hat berichtet, Er sei von dem Werk Poppers Logik der Forschung nach Erscheinen des Werkes so beeindruckt gewesen, dass er es in einem Zug innerhalb von etwa 24 Stunden las. In ähnlicher Weise habe ihn Karnabs Werk die logische Syntax der Sprache fasziniert, aber für das Studium dieses Buches habe er sieben Monate benötigt. Hard stuff, was wir vor uns haben. Der Grundgedanke Karnabs war, Zeit seines Lebens, dass Philosophie als logische Analyse und Konstruktion oder Rekonstruktion aufzufassen sei. Nun, wie wirkt sich das im Syntaxbuch aus? Man kann drei Vorhaben unterscheiden. Erstens, Karnab ist bemüht und glaubt sich erfolgreich, den logischen Begriffen eine völlig exakte Definition zu geben. Es war lange Zeit umstritten damals, ob dergleichen möglich sei. Er meinte nicht nur, dass es möglich sei, sondern dass er es in diesem Werk geleistet habe. Wenn das erste Ziel erreicht ist, dass die logischen Begriffe völlig exakt definiert sind, dann, meint er, kann man sie zweitens mit großem Vorteil zur Klärung wissenschaftlicher Sprachen verwenden, etwa der Sprache der Psychologie. Und drittens gibt es eine Anwendung auf die Philosophie. Sie besteht in der Scheidung des wissenschaftlich Relevanten vom Irrelevanten oder Unhaltbaren. Große Teile der traditionellen Philosophie werden, wenn man dieses von Karnab entwickelte Instrumentarium anwendet, sich als faul erweisen, werden nicht standhalten. Er hat den Teil 5 dieses Buches, logische Syntax der Sprache, überschrieben, die Ersetzung der Philosophie durch die Logik der Wissenschaft. Und ich gebe Ihnen ein Zitat in der englischen Ausgabe 279. Sobald erst einmal die Philosophie von allen unwissenschaftlichen Elementen gereinigt ist, bleibt nur die Logik der Wissenschaft übrig. Die Logik der Wissenschaft nimmt den Platz dessen ein, was ein unentwirrbarer Filz von Problemen war und was den Namen Philosophie trug. Also sehr starke Aussagen, dass die traditionelle Philosophie eigentlich ein Geknäuel, ein unentwirrbarer Mischmasch von Problemen sei. Und davon bleibt in jener unklaren Form nichts übrig, aber einiges transformiert in die klare Auffassung der Logik der Wissenschaft. Das ist das große reformatorische Projekt. Karnab unternimmt dort im ersten Schritt den Aufbau einer formalen Sprache. Eine formale Sprache, das heißt eine Sprache, in der die Bedeutung der verwendeten Zeichen, also etwa der Wörter oder der Ausdruck, der Sinn der Ausdrücke, etwa der Sätze, gar keine Rolle spielt. Es ist sozusagen inhaltsindifferent. Es kommt allein auf die Art und Reihenfolge der Zeichen an, aus denen die Ausdrücke aufgebaut sind. Wenn ich sage, das Pult ist braun, dann heißt es in dieser Karnabschensicht, da liegt ein Satz vor, der aus vier Wörtern besteht und die Sequenz dieser Wörter kann angegeben werden, zunächst ein Artikel, dann ein Substantiv, dann ein Verb, dann ein Adjektiv. Wenn ich den Satz so betrachte, habe ich mich rein auf die Form des Satzes bezogen, völlig egal, was der Inhalt ist. Die Form wäre ja die gleiche, wenn ich sage, das Gesicht ist geschminkt oder zerquetscht oder dergleichen. Für eine solch formale Sprache ist nun wichtig die Unterscheidung zweier Arten von Regeln. Karnab nennt diese Regeln erstens die Formregeln und zweitens die Umformungsregeln. Formregeln legen fest, wie man aus den verschiedenen Symbolen, die in dieser Sprache vorkommen oder erlaubt sind, Sätze, Zusammenhänge bildet. Das entspricht traditionell gesprochen dem, was man die grammatikalischen Regeln nennen würde, eventuell auch die semantischen Regeln. Der zweite Typus, der wichtigere Typus von Regeln, sind die Umformungsregeln. Sie geben an, wie man aus einem Satz, der in einer Sprache oder aus mehreren Sätzen, die in einer Sprache formuliert sind, andere Sätze derselben Sprache gewinnen kann. Also etwa in der Alltagssprache, wenn Sie einen Aktivsatz haben, können Sie den in einen Passivsatz transformieren. Karnab hat dieses Buch geschrieben, wird dieses Buch, wurde von Karnab geschrieben. Das entspricht in traditioneller Sprechweise, also diese zweiten, die Umformungsregeln, dem, was man die logischen Regeln oder Schlussregeln genannt hat. Karnab ist nun der Auffassung, dass die logischen Beziehungen zwischen Sätzen einzig und allein von der syntaktischen Struktur dieser Sätze abhängen, sodass also die ganze Logik äquivalent ist mit der Klärung des Syntax. Das ist der Grundblick. Und nun macht er sich an den Aufbau einer diesen Ansprüchen gerecht werdenden Sprache. Er nimmt nicht eine natürliche Sprache, denn die natürlichen Sprachen sind nicht ganz unähnlich, der ein unentwirrbares Knäuel oder einen Filz darstellenden traditionellen Philosophie viel zu positiv formuliert, kompliziert, negativ formuliert, unsauber, als dass aus ihnen je etwas Rechtes gemacht werden könnte. So wie, wir nicht ganz sicher sind, ob der Mensch nicht auszukrumm im Holz geschnitzt ist, als dass je etwas Rechtes aus ihm werden könnte. Und das nebenbei, nein, das darf man eigentlich in einer Karnab-Darstellung nicht erwähnen. Nein, das sind Assoziationen. Karnab konstruiert eine symbolische Sprache und der nächste wichtige Unterscheidung, die er macht, ist die Unterscheidung zwischen Metasprache und Objektsprache. Wenn Sie eine Sprache konstruiert haben, die diesen logischen Bedingungen entspricht, dann kann sie eingesetzt werden als Mittel, um andere bestehende, natürliche Sprachen oder Wissenschaftssprachen zu analysieren. Die Sprache, die analysiert wird, etwa die Sprache der Biologie, ist dann die Objektsprache. Die andere, die zur Analyse verwendet wird, ist die Metasprache. In diesem Fall bei Karnab kann sie auch als Syntaxsprache bezeichnet werden. Dahinter liegt eine Absetzung von Wittgenstein. Wittgenstein hatte gemeint, dass solche Versuche in einen unendlichen Regress führen würden. Grundthese war, dass man die Regeln einer Sprache nicht in dieser Sprache selbst friedigend, vollständig formulieren könne. Man bräuchte dazu eine weitere Sprache. Keine Sprache kann ihre eigene Struktur in völliger Klarheit selber zum Vorschein bringen. Karnab hält dies für nicht richtig. Er gibt, kompliziert, Bedingungen an, unter denen es doch möglich sei, dass eine Sprache ihre Syntax selber formuliert. Das braucht er natürlich, um diese einfache Gegenüberstellung von Objektsprache und Metasprache oder Syntaxsprache beibehalten zu können und nicht in den Regress zu geraten. Nun, was tut er, wenn diese Sprache aufgebaut ist? Die These ist, jetzt auf die Philosophie bezogen, dass alle sinnvollen philosophischen Probleme einzig und allein Probleme des Syntax sind. Philosophie ist zu ersetzen oder zu, also traditionelle Philosophie ist zu ersetzen oder zu transformieren in die Syntax der Wissenschaftssprache. Das hat zum einen den Sinn der Purifizierung, man kann sich allerdings auch fragen, ob nicht manches, was da wegfällt, vielleicht als solches doch einen Wert in sich besäße, so, dass das Verfahren vielleicht doch nur angibt, was zum neuen Stil passt und was nach den Kriterien des neuen Stils sinnvoll ist, aber vielleicht doch nicht ein wirklich neutrales Verfahren, wie es Kahn hat beansprucht, ausführlich darüber geschrieben, ein neutrales Verfahren ist, um generell festzustellen, ob etwas sinnvoll sei oder nicht. Jedenfalls, man kann sein Vorhaben auch so formulieren, an die Stelle dessen, was traditionell die Philosophie, als erste Philosophie gemacht hat, Ontologie, als Seinslehre oder als Darlegung der allgemeinsten Strukturen des Seierenden, an diese Stelle tritt jetzt die Logik. Nun sehen wir uns das etwas genauer an. Er unterscheidet drei Arten von Sätzen. Typus 1, die Objektsätze. Das Pult ist stabil. Typus 3 sind die syntaktischen Sätze. Etwa das Wort Pult ist ein Dingwort oder dergleichen. Also in syntaktischen Sätzen rede ich nicht über Gegenstände, sondern über Worte oder über Bezeichnungen. Und dazwischen gibt es einen Mischmaschtypus 2, den nennt er selber mischmaschig. Einmal Pseudo-Objektsätze und ein andermal quasi-syntaktische Sätze. Ein solcher Satz wäre, das Pult ist ein Ding. Und überlegen Sie einen Moment, wie es sich mit diesen drei Sätzen verhält. Das Pult ist stabil, also jedenfalls, solange ich nicht sehr oft darauf haue, werden Sie daran keinen Zweifel haben und sagen, nun gut, das ist ein empirischer Satz, er hat es getestet, es wackelt nicht allzu sehr, es ist stabil, okay. eine Aussage über dieses Pult. Ein Satz wie, das Pult ist ein Ding, ist in Carnaps Augen ein typisch philosophischer Satz. Der erste Satz ist einer der Alltagssprache oder der Empirie, Feststellung und dergleichen. Ein typisch philosophischer Satz, da wird dieser Gegenstand einer bestimmten Klasse zugeordnet. Und wenn man dann etwa für Ding auch noch Substanz setzen würde, eine der kantischen Kategorien, dann hat man einen solch merkwürdigen Satz vor sich, wie ihn Philosophen traditionellerweise im Kontext der Ontologie vertreten. Im Alltag würden wir dergleichen nicht sagen. Wir würden zunächst gar nicht verstehen, was das denn soll, zu behaupten, das Pult sei ein Ding, man würde die Schultern zucken, dass es stabil ist, das macht Sinn. Aber unter traditionellen Philosophen macht es Sinn zu sagen, das Pult ist ein Ding, damit weiß, zum Beispiel, muss ich den Gegensatz vor Augen halten, zum Beispiel, das ist ein akzeptabler Satz für Philosophen, ein nicht akzeptabler wäre, das Pult ist eine Eigenschaft oder das Pult ist eine Zeitbestimmung oder dergleichen. bei allen Sätzen dieses Zwischentypus, dieses Mischtypus, meint Carnap nun, dass man sie überführen könne in die Reinform der dritten Stufe in syntaktische Sätze, ohne dass irgendetwas an der Bedeutung verloren gehe. Sondern die syntaktische Form ist einfach die reinere Sprechweise für das, was Philosophen so mischmaschig ausdrücken. Er gebraucht in diesen Seiten auch die Unterscheidung einer, wie er sagt, inhaltlichen Redeweise und einer formalen Redeweise, wobei sie bitte nicht meinen, dass der Satz das Pult ist stabil, das Beispiel einer inhaltlichen Redeweise sei, sondern der viel abstraktere das Pult ist ein Ding gilt ihm als Beispiel der inhaltlichen Redeweise. Alle Sätze, die inhaltlich formuliert sind, also etwa alle Sätze, in denen traditionellerweise auf Kategorien Bezug genommen wird, können ihm zufolge in die formale Sprache übersetzt werden und sie sollen es auch. Jetzt werden sozusagen die Schrauben angezogen. Sätze sind nur dann sinnvoll, wenn sie, Zitat, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der allgemeinen Syntax formulierbar sind. Wenn nicht, sind sie nicht sinnvoll. Was heißen kann sinnlos oder was heißen kann theoretisch nicht belangvoll. Dazu gleich noch mehr. Das Prüfverfahren hinsichtlich der philosophischen Sätze ergibt dann, dass die eigentlichen metaphysischen Sätze insgesamt Scheinsätze sind. Seine Antwort ist, sie sind ohne theoretischen Gehalt, sie sind bloße Gefühlsäußerungen. Insofern wird die Entwicklung dieser formalen Sprache, die Ausbildung dieser formalen Sprache unendlichen Gewinn abwerfen, wenn man a. die Tradition diesem Prüfverfahren aussetzt und b. für die eigene Zeit nur noch in der Dimension dieser sinnvollen Reden sich weiter bewegt. Ich will Ihnen einige Zitate vorlesen. Jeder, der mit uns diskutieren will, muss deutlich machen, wie er es machen will, syntaktische Bestimmungen zu geben, anstatt philosophischer Erörterung. Das ist Seite 45, logische Syntax der Sprache. Ich lese es noch einmal. Jeder, der mit uns diskutieren will, muss deutlich angeben, wie er es machen will, syntaktische Bestimmungen zu geben, anstatt philosophischer Erörterung. Diese Forderung verstehe ich sofort. Ein Karnabianer versteht und akzeptiert ja nichts anderes als syntaktische Formulierungen. Also muss ich, als Philosoph sagen wir einer anderen Schule, wenn ich mit ihm diskutieren will, unbedingt meinen Kram in seinen Diskurs übersetzen. Herr Kollege, ich glaube ja. Ja, da war ich weit weg. Danke. damit er mich verstehen kann, klar. Damit er das akzeptieren kann, klar. Das ist wie, banaler Vergleich, wie wenn jemand eben einem Amerikanismus anhängt und jeden, der nicht amerikanisch spricht, also nicht etwa englisch, ich meine Engländer sind da schon dubios, einfach gar nicht ernst nehmen würde, ist eine andere Sprache, kann ich mit mir kommunizieren. Das ist klar. Nur ist das Zitat ja anders gemeint. Es ist ja nicht so gemeint, wir armen Kerle, wir können nur verstehen, was in logischer Syntax formuliert ist. Sondern gemeint ist, das ist die einzig richtige Art. Und jeder, der anders spricht, soll seine Sprachgewohnheiten gefälligst aufgeben und übersetzen, sozusagen in unser Lager einsteigen, andernfalls ist er vom Verdikt der Sinnlosigkeit bedroht. Also doch ein etwas diktatorischer Ton in solchen Formulierungen. Und jetzt etwas das Weichwerden des Diktatorischen. Karnab hat zeitlebens immer wieder gewisse Elemente revidiert. Und so schreibt er in der Autobiografie Im Wiener Kreis formulierten wir leider unsere Auffassung in der übervereinfachten Fassung, gewisse metaphysische Thesen seien sinnlos. Erst später erkannten wir, dass es wichtig ist, die verschiedenen Bedeutungskomponenten auseinander zu halten und deshalb sagten wir dann genauer, dass solche Thesen ohne kognitive oder theoretische Bedeutung sind. Das ist natürlich viel enger als zu sagen sinnlos, denn sinnlos klingt nach schlechthin sinnlos. Jetzt sagt er eigentlich können wir nur feststellen und sagen sie sind sinnlos in kognitiver oder theoretischer Hinsicht aber da bleiben andere Möglichkeiten übrig in denen sie sinnvoll sein können. fahre fort dem Zitat oft haben sie andere Bedeutungskomponenten beispielsweise gefühlsmäßige oder stimmungsmäßige die auch wenn sie nicht kognitiv sind starke psychologische Wirkungen haben. Also anders gesagt Metaphysik ist zwar kognitiv oder theoretisch wertlos aber für das Gefühlsleben der Menschen kann sie nicht nur sehr effizient sondern vielleicht sogar sinnvoll sein. Natürlich ist auch das nicht gerade eine Form liberalster Anerkennung anderer Sprechweisen aber es ist immerhin eine Einschränkung des Sozialitäts Anspruchs. Von Kranab gibt es den Satz der so falsche sein mag doch hübsch ist. Metaphysiker sind Musiker ohne musikalisches Talent. Nun möchte ich da ich insgesamt Kranab vermutlich nicht positiv genug gegenüberstehe doch noch eine Überlegung nachschieben die zeigt dass er der Auffassung war dass er ja doch mehr zulässt als andere liberaler ist als andere aber liberal auch nicht im Sinn einer Haltung einfach die man einnimmt sondern aus philosophischen Gründen kurzum er ist liberaler als Wittgenstein der Wittgenstein des Traktatus ich lese ihn vom Ende des Traktatus Logico Philosophicus die Sätze 653 und 654 vor die richtige Methode der Philosophie sagte Wittgenstein dort wäre eigentlich die nichts zu sagen als was sich sagen lässt also setze der Naturwissenschaft also etwas was mit Philosophie nichts zu tun hat nur das sagen was sich sagen lässt aber das ist Naturwissenschaft und nicht Philosophie und dann immer wenn ein anderer etwas metaphysisches sagen wollte ihm nachzuweisen dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat diese Methode wäre die einzig streng richtige und muss er im nächsten Abschnitt 654 auf einen Einwand antworten den man ihm dann machen könnte lieber Ludwig Wittgenstein was hast du denn getan bis kurz vor Schluss deines Buches du hast ja Philosophie geredet und nicht Naturwissenschaft also doch genau das was du jetzt verurteilst Wittgenstein meine Sätze erläutern dadurch dass sie der welcher mich versteht am Ende als unsinnig erkennt wenn er durch sie auf ihnen über sie hinaus gestiegen ist dann kommt in Klammern die berühmte Leiter Metapher er muss sozusagen die Leiter wegwerfen nachdem er auf ihr hinauf gestiegen ist dann könnte man dazu wohlwollend sagen nun ja wenn wir im Schlamassel des Unsinns sind dann braucht es vielleicht tatsächlich eine Methode uns daraus herauszuführen und die kann da sie ansetzt inmitten des Schlamassels des Unsinn selber noch nicht aus dem Land der Wahrheit stammen Sätze aus dem Land der Wahrheit verstehen diejenigen die im Schlamassel sich befinden ja auch gar nicht also prinzipiell unmöglich ist so etwas nicht anzufangen im Schlamassel und die Schlamasseligkeit desselben so deutlich zu demonstrieren dass sie jedem in die Augen springt durchsichtig wird und er dann auch diese Leiter nicht mehr braucht er ist dann darüber hinaus der nächste Satz er muss diese Sätze überwinden dann sieht er die Welt richten das also war Wittgensteins Position die im Traktatus natürlich einschloss dass Metaphysik sinnlos ist und die natürlich einschloss dass also gar keine Philosophie möglich ist wenn man mal wenn man nur mal die Leiter hinauf gekrabbelt ist nun Karnab schreibt dazu 1935 ich sowohl wie meine Freunde im Wiener Kreis verdanken Wittgenstein sehr viel insbesondere was die Analyse der Metaphysik angeht aber in Bezug auf den Punkt den ich soeben erwähnt habe er hatte diese Passagen kommentiert in diesem Punkt kann ich mit ihm nicht übereinstimmen erstens scheint mir was er sagt inkonsistent zu sein denn er erzählt uns dass man keine philosophischen Sätze aufstellen könne und dass man von dem worüber man nicht sprechen kann schweigen müsse aber dann anstatt zu schweigen schreibt er ein ganzes philosophisches Buch naja das denke ich hat Wittgenstein beantwortet zweitens stimme ich nicht mit ihm darin überein dass all seine Aussagen ebenso sinnlos seien wie metaphysische Aussagen meiner Auffassung nach hat eine große Anzahl seiner Aussagen leider nicht alle in der Tat Sinn und deswegen will ich eine positive Antwort auf die Frage hinsichtlich des Charakters philosophischer Aussagen geben das Vorhaben ist einen Weg zu zeigen wie man die Resultate der logischen Analyse formulieren kann einen Weg der nicht den eben genannten Einwänden ausgesetzt ist und so will ich vorstellen eine exakte Methode der Philosophie also die Idee ist dieser Wittgenstein hat ja auch wenn vielleicht selbst widersprüchlich der Philosophie nicht nur der traditionellen Metaphysik sondern auch gegenwärtige Philosophie insgesamt den Abschied gegeben ich Kana bin im Vergleich dazu ein Wetter sogar mancher Elemente der Tradition alles was sich in die logische Syntax der Sprache übersetzen lässt kann erhalten bleiben und wir wollen weiterhin Philosophen sein und ein philosophisches System aufbauen den Ausdruck ein philosophisches System aufbauen kann ich erst am Ende rechtfertigen nun gab es allerdings relativ frühzeitig schon innerhalb der Freunde innerhalb derjenigen die aus dem Wiener Kreis hervorgegangen waren auch gravierende Einwände gegen Karnams Vorhaben ich zitiere nur was Viktor Kraft der Historiker des Wiener Kreises 1968 referiert hat und das bezieht sich auf die Unterscheidung von Sätzen in der logischen Syntax der Sprache die ich vorhin erwähnt habe er sagt ein Satz wie der Mond ist ein Ding ist ein Satz ganz anderer Art als ein Satz wie Mond ist ein Ding Wort nun der Satz der Mond ist ein Ding Sie erinnern sich gehört nach Karnapscher Klassifikation in diese Mischgruppe der Pseudoobjektsätze Er sagt Er sagt ja nicht der Mond ist gebirgig oder dergleichen sondern der Mond ist ein Ding Laut Karnap müsste ein solcher Satz ohne irgendeinen Verlust an Bedeutung übersetzt werden können in den syntaktischen Satz Mond ist ein Ding Wort und dass genau dies richtig sei bezweifelt Kraft Ich zitiere Es ist klar dass wenn man so von der inhaltlichen zur formalen Redeweise übergeht die gegenständlichen Probleme verschwinden aber nicht weil sie damit als Scheinfragen entlauft wären sondern weil man sie damit beiseite legt Es ist allzu einfach unbequeme Fragen als sinnlos oder als Scheinfragen abzutun indem man statt von den Gegenständen von ihren Bezeichnungen also von etwas anderem redet Nun der nächste Kritiker Karnaps war Karnap Ich will Ihnen eine bevor ich diese Selbstkritik darstelle eine Charakterisierung wiederum seines Schülers Stegmüller vorlesen Karnaps Einstellung zu seinen Theorien war ähnlich der eines großen Erfinders oder Baumeisters zu seinen Schöpfungen Steht das neue Werk da so erweist es sich fast immer in vielen Hinsichten als mangelhaft und verbesserungsbedürftig Zunächst versucht der Erfinder nun die Mängel zu beheben gelingt dies nicht so wird die Einbildungskraft in Tätigkeit gesetzt und ein neues um ein neues vielleicht völlig anderes Gebilde zu erzeugen so identifizierte sich Karnap nie persönlich mit seinen Auffassungen es bereitete ihm auch dann keine innere Qual sich von früheren Werken rasch zu lösen wenn er in diese unsägliche Mühe und Kleinarbeit investiert hatte ein wundervoller Mann wie ist es er und Stegmüller schließt die Charakterisierung indem er sagt der schärfste Kritiker von Karnap hieß stets Karnap nun das ist eine nicht bloß gelinde Übertreibung eines wohlwollenden Schülers das werden wir gegen Ende sehen aber immerhin Karnap war natürlich ganz dem Geist dieser wissenschaftlichen Methode auch entsprechend die immer wieder auf Fallibilismus gesetzt hatte immer bereit Probleme neu anzugehen und seine Theorie zu verbessern aber wir werden am Ende auch über Grenzen des Versuchs zu sprechen haben der nächste Schritt besteht darin dass Karnap zugibt und jetzt sind wir über das Buch Logische Syntax der Sprache hinaus sind bei dem Buch Meaning and Necessity 1947 also Bedeutung und Notwendigkeit Karnap gibt zu dass der Aufbau einer Syntax Sprache allein nicht ausreicht es bedarf unbedingt der Ergänzung durch eine Semantik und wenn man von Karnap gesagt hat schon wiederum es war Stegmüller der das tat er sei der eigentliche Begründer des linguistic turn also der sprachphilosophischen Wende dann ist das nicht nur historisch falsch und in vielem übertrieben sondern es ist allenfalls dann überhaupt akzeptabel dass Karnap ein Sprachphilosoph gewesen sei wenn man dieses Stadium ins Auge fasst wo er von der Syntax zusätzlich die Semantik thematisiert aber natürlich weit entfernt von dem was man sonst kennt als Ordinary Language Philosophy die aus Ansätzen des späteren Wittgensteins herausgewachsen war also in diesem Buch Bedeutung und Notwendigkeit von 1947 will Karnap angeben wie das Studium der Bedeutung von Ausdrücken vorzunehmen sei die Ausdrücke in der Designatoren die jeweils auf ein Designatum bezogen sind ich gehe nicht auf etliche Details ein auch Morris ist wichtig und die ganze Zeichentheorie die da einen Einfluss hatte manchmal spricht er auch statt von Semantik von Semiotik der Punkt ist dass man jetzt zwei Übersetzungen das Ergebnis ist dass man jetzt zwei Übersetzungen vornehmen muss ihm zufolge wenn sie einen Satz finden in der alten Philosophie einen gegebenen Satz oder einen Satz in einer Wissenschaftssprache dann muss man den zunächst in einen sauberen semantischen Satz umbauen man muss genau herausfinden wie die Bedeutungsstrukturen in dem Satz sind und den semantischen Satz dann aber nach wie vor in einen syntaktischen übersetzen ich erwähne hier erwähne nur am rande dass dabei eine sehr wichtige sehr folgenreiche lange diskutierte Unterscheidung eingeführt wird von Karnab die Unterscheidung des Intentionalen und des Extentionalen wenn sie eine eine Bezeichnung einen Designator haben dann gibt es zwei Richtungen in welche dieser funktioniert oder aktiv ist zwei Funktionen erstens gibt er ihnen so etwas an wie den Sinn was ist damit überhaupt gemeint Stuhl etwa zweitens eine andere Frage ist wie steht es mit dem Anwendungsbereich dieses Terminus auf welche Gegenstände ist er anwendbar die erste Analyse wäre die Intentionale die zweite wäre die Extentionale um es am berühmten alten phregischen Beispiel von Abendstern und Morgenstern zu explizieren Frege hatte das in Übersinn und Bedeutung 1892 eingeführt wie Sie wissen Abendstern und Morgenstern sind in gewissem Sinn gleich oder dasselbe Venus aber das war ja auch historisch nicht zu allen Zeiten bekannt und es mag auch ihre Empfindung beim Abendstern eine andere sein als beim Morgenstern Frege sagte also dass die beiden einen unterschiedlichen Sinn haben Morgenstern und Abendstern aber die gleiche Bedeutung und in der Terminologie von Carnap würde das ebenfalls heißen der Sinn ist unterschiedlich aber dann statt Bedeutung was ja ohnehin ja als technischer Terminus ja verständlich sein kann aber mit dem gewohnten Sprachprofil sich nicht ganz deckt statt Bedeutung sagt Carnap Anwendungsbereich Carnap hat sich später in den in seiner Lehrzeit in den USA insbesondere mit der Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs beschäftigt aber das sind hochabsfaktologische Überlegungen die wir uns hier ersparen können seine Hauptbedeutung für den Fortgang der Philosophie liegt wohl darin dass er als erster die mathematische Logik als ein formales Mittel zur Klärung der philosophischen Sprache zur Standardisierung der philosophischen Sprechweise eingesetzt hat eine Bemühung die dann auch von den Nachfolgern im Bereich der analytischen Philosophie weitergetrieben wurde einige ergänzende Punkte zu Carnap ein Punkt Physikalismus Carnap hat einen Wechsel im Ansatz vorgenommen zwischen dem logischen Aufbau der Welt von 1928 und der logischen Syntax der Sprache im logischen Aufbau der Welt hatte er als Basis von der aus alles aufzubauen zu rekonstruieren sei Sinnesdaten also eine eigenpsychologische Basis gewählt etwas was wir erfahren erleben wahrnehmen dies war bald sehr umstritten innerhalb des Wiener Kreises und insbesondere Neurath hat dafür plädiert eine andere Basis zu wählen nicht die eigenpsychische Erfahrung sondern die Sprache der Physik und Neurath war erfolgreich eben auch gegenüber Carnap der 1931 in der Zeitschrift Erkenntnis einen Beitrag publizierte die physikalische Sprache als universelle Sprache der Wissenschaft schafft